In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, versucht Laura, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Vier Monate nachdem Laura, Chrysensi Kavasi, ihre Reise nach Griechenland antrat, kommt die Krimi-Geschichte um ihr Verschwinden und ihre Rückkehr nach Berlin in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, bald zu einem Abschluss. Allerdings müssen Laura und John, Felix von Jaschaov, erst den großen Showdown überleben. Denn Zoe, Lara Dandelion Seibert, ist aus Paris zurück und sind auf Rache. Wie ihr am kommenden Mittwoch, 30. August um 19.40 Uhr auf RTL sehen könnt, Sternchen, entführt Zoe Laura, um herauszufinden, wo sie die 10 Millionen Euro versteckt hat, oder das. Was noch davon übrig ist? Um ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, macht Laura Zoe in Angebot. GZSZ, Zoe hat Laura in ihrer Gewalt ja. In einem leichtsinnigen Moment gibt Laura die Sicherheit von Emilies, Anne Menden, Wohnung auf und geht auf die Straße. Zoe nutzt die Chance und bringt die Untergetauschte in ihre Gewalt. Auf der nun folgenden Autofahrt versucht Laura, die ausweglose Situation zu ihren Gunsten zu wenden. Dafür macht sie Zoe ein Angebot. Sie bietet ihr die Hälfte der Beute an. 5 Millionen. Damit könntest du dich zur Ruhe setzen, schlägt sie ihr vor, und versucht außerdem, so's Angst zu wecken. Du weißt, ich habe bei der Polizei ausgesagt. Die Fahndung läuft bereits. Allerdings lässt sich Zoe nicht beeindrucken, weder von Lauras Angebot. Noch von der Aussicht, dass die Polizei hinter ihr her ist. Sie denkt nicht einmal daran, auf Lauras Vorschlag einzugehen. Ihr Plan bleibt unverändert. Ihre Auftraggeber sollen das Geld und Laura erhalten, und John als Sahnehäubchen obendrauf. Ich habe einen guten Ruf, erklärt sie Laura. Diesen wolle sie auf keinen Fall aufs Spiel setzt. Und so kommt, was kommen muss. Am Telefon zwingt Zoe, John, die 10 Millionen Euro aus dem Bankschließfach zu holen, während Laura gefesselt und geknebelt auf der Rückbank ihres Autos liegt. Untertitelung des ZDF, 2020